Hallo zusammen, ich bin Demir und heute zeige ich euch, wie man die Bankabstimmung macht beim Jahresabschluss. Bei der Bankabstimmung ist es sehr wichtig, dass Sie die Bank-Saldis Ihrer Konten in Bexio mit den effektiven Bankkonten Ihrer Bank abstimmen. Dafür geht man in die Buchhaltung Berichte, ich bin ja hier schon drin, und beim Kontenblatt wählt man dann das Konto aus. Wenn es sowieso das gleiche Konto ist, dann würde ich das hier leer lassen und dann den Zeitraum auswählen. Ich habe hier 1.1.2023 bis 31.12.2023. Filter anwenden, bitte noch mit Saldovortrag, den Haken hier setzen, und dann sieht man nun alle Buchungen. Als Tipp noch, ich würde jeden Monat die Bank abstimmen, um Differenzen schnell zu merken. Das war's zur Bankabstimmung. Danke fürs Zuschauen. Bei Fragen können Sie gerne einen Kommentar hinterlegen und sonst bei den Help Center Artikeln in unseren Supportbereichen auch schauen.